Guten Morgen Herr Pünnlein. Wie Sie wissen, sind viele Videos die mit dem Smartphone gemacht werden verwackelt. Das liegt vor allem daran, dass die wenigsten ein Stativ verwenden. Das überrascht insofern, da es schon ziemlich viele Stative am Markt gibt. Aber diese werden scheinbar nicht verwendet, da sie entweder zu groß und unhandlich, zu teuer oder einfach zu hässlich sind. Es ist daher Ihre Aufgabe, falls Sie sie übernehmen, ein Stativ für das Smartphone zu erfinden, das kleiner, billiger und schöner ist als alle bisherigen Modelle. Wir wissen, dass Ihre Schuss gleich Null ist. Falls Sie diesen Auftrag annehmen, gilt wie immer, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres Teams bei dieser Mission verletzt oder getötet werden, müssen wir leugnen Sie zu kennen. Viel Glück Stefan. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.